Das seit über 60 Jahren bestehende Kartenbüro Polzer bietet Ihnen nicht nur das Ticketservice, sondern auch Karten in Verbindung mit Hotelbuchungen, Limousinenservice, Restaurantbuchungen und weitere Zusatzleistungen. Das Kartenbüro Polzer ist unter den Kartenbüros in Salzburg die Nummer 1. Weit über 100.000 Kartenbestellungen werden hier schnell und professionell abgebildet. Bei unserem Residenzplatz Nummer 3 bediene ich Sie sehr gerne persönlich, telefonisch oder Sie kommen einfach zu uns ins Büro. Rund 20 kompetente Mitarbeiter bemühen sich um ihre Anliegen in den Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch und Italienisch. Eines der Polzer Spezialangebote sind die Opernreisen. Unsere Opernreisen führen Sie nach Venedig, Bratislava, Prag oder Zürich. Vor Ort betreut Sie unsere Salzburger Reiseleitung bei einem sehr anspruchsvollen kulturellen Rahmenprogramm. Und dann ist da natürlich auch das Ticketservice für die Salzburger Festspielkarten. Sie können unkompliziert online bestellen. Die Karten kommen per Post zu Ihnen ins Haus oder Sie holen sie persönlich ab. Gerne kümmern wir uns auch um Ihre Hotelbuchung. Im Package Hotel und Kultur organisieren wir Ihren Aufenthalt nach Ihren Wünschen. Und ich hole Sie jetzt mit der Limousine ab. Dankeschön. Egal ob Transfers, Sightseeing oder Tischreservierungen, das Kartenbüro Polzer macht es möglich. Musik Egal ob Transfers, Sightseeing oder Tischreservierungen, das Kartenbüro Polzer und Körbüro Polzer